Nicht nachlassen! Tempo! Los! Los, los, los! Wir sehen den Fall! Werft eure Waffen weg! Bleibt wo du bist, darling! Es gibt keine Hoffnung für dich! Konzentriert euch! Zielt auf den Motor! Hey, Jim! Warum hast du das? Das ist nicht mal! Nur lässt dich grüßen! Nur? Nur? Glaubt sie tatsächlich noch, dass ihre Familie lebt? Oh Mann, wir sind seit Jahren tot! Oh Gott! All diese liebe Mama-Briefe! Ich hab' nicht noch selber geschweben! Na ja, Ashley, meine Tochter, hat mir gedacht, ich hab' nur Brieffreundet! Hahahaha! Sie drückt auf die Tränenbrüche, meine Ashley! Ich glaub' sie hat einen Lenz zur Schriftstellerin! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! In der Grundschule schrieb sie ein Gedicht! Meine Frau und ich beinten wie Babys! AJ, komm schon! Lass das doch sein! Finde! Finde so, als wär's dir wichtig! Wenn's das nicht ist! Hä? Findet ein wahres Ich, AJ! Und ein wahres Ich! Kann gut töten! Er lebt noch! Wäre er tot! Ich hätt's dir nicht vorgeworfen! Ja, ich lebe noch, du verfickter Taxifahrer! Zeig ihm sein neues Haus! Wer war das?! Elende, Wilde! Lass das! Moment mal! Das ist mein Handy! AJ, mein Handy! In meiner Tasche! Ich brauche mein Handy, Mann! AJ, bitte! Bitte! Ich brauche mein Handy! Lasst mich los, ihr Papier! Ashley! Ashley, Baby! Daddy ist hier! Danke, AJ! Du hast das Richtige getan! Wir kümmern uns um Paul! Wir haben das perfekte Plätzchen für ihn! Was haben das, ihr locket etwas zu